Was bedeutet eigentlich nächtliches Zähneknirschen? Ist das etwas ganz Normales, was jeder macht? Oder ist es etwas Schädliches, was meine Zähne oder vielleicht sogar meine Gesundheit mit beeinträchtigt? Woher kommt es und was kann ich dagegen tun? Nun vielleicht zur Definition vorangestellt, Zähneknirschen bedeutet, dass wir in der Nacht unsere Zähne fest zusammenbeißen und unter diesem hohen Druck die Zähne auch noch gegeneinander bewegen. Also dadurch entsteht dieses Knirsch- und Reibegeräusch, das vielleicht der ein oder andere von seinem Partner in der Nacht schon mal gehört hat. Nun auf der einen Seite ist das natürlich für die Zähne extrem von Nachteil, weil die Zähne unter diesem hohen Druck und dieser Bewegung in dieser Druckphase natürlich gefährdet sind zu brechen. Die Zähne können regelrecht auseinanderbrechen. Was man sehr häufig in der Praxis sieht sind, abgewetzte, also zu stark abgenutzte Zähne, weil durch dieses Knirschen die oberflächliche Schutzschicht des Zahnes, der Zahnschmelz, zu sehr abgenutzt und abgerieben wird, was natürlich für den Zahn nicht gut ist. Er wird somit anfälliger für Karies und wird auch kälteempfindlicher, was zu schmerzhaften Zähnen führen kann. So aber unabhängig von der Auswirkung auf die Zähne hat das Knirschen und Pressen noch eine stärkere Auswirkung, die wir uns oft gar nicht bewusst machen. Nämlich dieser hohe Druck, der entsteht, der ist nicht nur auf die Zähne begrenzt, sondern wird natürlich weitergegeben über die Halswirbelsäule hin zu unserem Stützapparat. Häufig ist es so, dass sogar Bandscheibenvorfälle dadurch ausgelöst werden. Warum? Weil dieser hohe Druck, man muss sich vorstellen, es ist ungefähr so, wie wenn ich einen 50 Kilogramm schweren Sack Zement auf meinen Kopf stelle. Das ist ungefähr die Kraft, die entsteht, wenn ich in der Nacht fest mit den Zähnen knirsche. Nun, dieser hohe Druck wird natürlich weitergegeben auf die Halswirbelsäule, auf den kompletten Stützapparat, was zu Fehlhaltungen führen kann, zu Durchblutungsstörungen oder auch über die falsche Positionierung der Halswirbel bis hin zu Tinnitus, Ohrgeräuschen oder Migräne. Was ist denn die Ursache dafür? Warum machen wir das? Warum knirschen wir mit den Zähnen? Nun, die Ursache ist eindeutig Stress. Stress aus allen Bereichen, beruflich, privat oder was auch immer. Und früher war es so, früher hatten wir auch Stress, nur was früher anders war, wir hatten mehr körperliche Bewegung, mehr körperlichen Ausgleich, sodass diese angestaute Stressenergie der Körper, leichter abgeben konnte in körperlicher Aktivität, körperlicher Betätigung. So, heute ist es anders. Wir bewegen uns weniger körperlich und können diesen Stress, alles was sich in uns aufgestattet, weniger schnell abarbeiten. Der Körper will und muss es aber abarbeiten. So was macht er. Er nimmt diesen Stress mit nach Hause ins Bett und dort versucht der Körper diese überschüssige negative Energie abzuarbeiten über eine erhöhte Muskelkontraktion der Kaumuskeln. Das heißt, diese überschüssige Energie landet in den Kaumuskeln und damit im Endeffekt bei den Zähnen und dem ganzen Stützapparat. Was kann ich jetzt dagegen machen? Nun, wenn Stress die Ursache ist, natürlich das perfekte Mittel, Stress zu vermeiden oder Stressmanagement zu betreiben. Das heißt, mit dem Stress, der auf mich zukommt, einfach lernen, besser umzugehen. Der Zahnarzt kann in dieser Phase auch helfen. Wir bieten an, eine sogenannte Aufbiss- oder Knirscherschiene anzufertigen. Das ist eine durchsichtige Folie aus Kunststoff, die man nur in der Nacht tragen muss, um in der Nacht eine Art Stoßdämpfer zu haben. Das heißt, die Schiene hat zwei Wirkungen. Erstens wird dieser Druck abgebremst, der in dieser Knirschphase auf den Zähnen landet und zweitens ist es eine natürliche Schutzhülle für den Zahnschmelz, um ihn vor Überlastung zu schützen. Was hier sehr, sehr gut und sehr hilfreich ist, ist, begleitend zur zahnärztlichen Schiene, die ich gerade beschrieben habe, auch noch einen Physiotherapeuten, Osteopathen hinzuzuziehen, der die beteiligten Gewebe, also die Muskulatur und sämtliche Strukturen noch mit lockert und zusätzlich hilft zu entspannen. Natürlich gibt es auch noch Mittel aus der Homöopathie, aus der Naturheilkunde, die diesen Vorgang der Stressbewältigung und Entspannung auch aktiv unterstützen können. Wichtig ist also zu wissen, Zähneknirschen ist nichts Normales. Zähneknirschen hat Auswirkungen auf die Zähne, aber auch auf den ganzen Halte- und Stützapparat. Wenn Sie also unter morgendlicher Verspannung der Muskulatur leiden, unter Spannungskopfschmerzen oder sich morgens schlapp und nicht energiereich fühlen, dann kann es sein, dass Ihr Körper zu wenig erholsamen Schlaf bekommt durch dieses nächtliche Knirschen. Eine kombinierte Therapie aus Zahnheilkunde, aus Homöopathie, Naturheilkunde im Netzwerk mit einem Physiotherapeuten, Osteopathen schafft Ihr häufig die Lösung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017